Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxa. So, ich habe eine Lösung gefunden. Ich spiele für euch extra noch mal neu. Okay. Man kann diese, ja, Pfeiler, Pfosten, whatever, kann man hier hin platzieren. Also ich vermute mal, die müssten hier hin. Ich habe nur gerade gemerkt, die kann man bewegen. Und, ja. Das mache ich jetzt mal. Die kann man nicht bewegen? Was ist das denn? Also ich bin mal ganz optimistisch, dass die beiden Pfeiler auf die beiden Plattformen hier drauf kommen. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Und? Ist die Tür jetzt offen oder nicht? Die sieht offen aus, ne? Ich save mir noch mal eine Runde ab. Und hier würde ich sagen, kriechen wir mal hier durch. Dann hoffe ich mal, dass das Level beendet ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Levels das Spiel jetzt hier hat. Anstatt nämlich Demo. Deswegen gehe ich davon mal aus, dass es nicht allzu viele Levels hat. Okay. Was hat die Energie? Ich würde sagen, einfach mal durch. Jetzt ist irgendwas passiert. Bin ich vergiftet. Ja, schön. Ja, Lara ist vergiftet. Ah, Lara kann Klettern. Ja, dann gehen wir mal vor Macho, würde ich sagen. Ja, dann gehen wir mal vor Macho, würde ich sagen, ne? Ja. Oh, das sieht jetzt gar nicht so gut aus, ne? Ich glaube, jetzt passiert wieder etwas. Einfach mal reingehen, würde ich sagen, ne? Das ist dann wie ein trojanisches Pferd. Okay. Muni, Muni ist immer gut. Aber es könnte natürlich auch bedeuten, dass es gleich wieder zur Sache geht. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, ich nehme mir schon mal ein geeignetes... Ah, ne, warum? Wir nehmen die Pistole, komm. Oh, ja, ja, ja. Ich werde meinen, ja. Das war's. Oh Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht ich krieg mir vorstrahlen aber doch, er macht was Da kommt die Waffe. Nein, falsche Waffe. Okay. Wo ist er? Hehehe. Ich möchte die Postleid mit ihm zielen nicht. Ich möchte die Postleid mit ihm zielen nicht. Ich werde ihn aus der Nähe alem. Ich möchte die Postleid mit ihm überbeginen. Sie sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin kein Weg. Er wird, dass ich ihn nicht. Er wird, dass er, dass er. Er ist nicht etwas. Er wird, dass er, dass er sich hier Zeit nicht in den Nachdenken. Er wird, dass er nicht einfach wieder zurück. Er wird, dass er so schön ansронiert. Ja, ja. Ah! Ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das hat ja mal gedauert hier. Okay, das ist aber nicht unmöglich. Ich habe es geschafft. Zu belohnen bekomme ich einen fetten Diamanten-Jubilee. Was auch immer. Schön. Ich verstehe hier einfach einen normalen Hebel. Dann liegen wir jetzt wieder oben, ne? Hallo? Okay. Wir springen mal hier rein, ne? Oder komme ich hierher? Ich springe hier rein, fertig. Ich schiebe hier eine Kirche raus. Ich schiebe hier eine Kirche raus. Ja, hier ist die Kirche. Nee, ich rede mit mir selbst. Vielen Dank.